Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Wir machen heute eine neue Challenge und zwar Wettessen. Wir starten jetzt mit der ersten Runde und zwar mit dem Kinderriegel. Auf die Plätze, fertig, los. Stopp. Jetzt brauche ich fertig. Okay, 1 zu 0 für mich. Okay. Und Runde 2 auf die Plätze, fertig, los. Wir beginnen nun mit der letzten und dritten Runde. 3, 2, 1, los. Fertig. Fertig. Okay, es steht 2 zu 1 für mich gewonnen und der Gewinner darf sich eine Süßigkeit aussuchen, die er isst und die muss er in 30 Sekunden aufessen. Wir machen das nämlich nicht so wie die anderen YouTube-Bahn, mit Bestrafung, wir wollten bei Challenges, wir wollten das mal mit Belohnung machen. Ja, genau. 30 Sekunden messen. Okay. Meine Belohnung ist es, dass ich jetzt das hier in 30 Sekunden aufesse. Ansonsten bekomme ich eine Bestrafung. Ja. Okay. Drei, zwei, eins, go. 10 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins, fertig. Dann kriege ich sowieso eine Bestrafung. Ich werde mit dem Wasser schlau abgespuckt. Okay. 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 Tja, Leute, das war's von uns Jan und Maxi. Gib doch einfach mal ein Daumen hoch. Ja, das geht nicht. So, da haben wir ja dann. So, da haben wir ja dann. So, da haben wir ja dann. So, da haben wir ja dann.